Als ich jünger war, musste ich immer Stehplatz buchen. Das war für 280 Mark nach New York und wieder zurück. Das hat sich geändert seit Apple und seit ich eben Filme mache. Heute pflege ich erster Klasse und das ist auch ganz gut so für meine alten Knochen. Das Ticket passt und der Preis auch.